Hey, meine Lieben, willkommen zurück zu Stalker Lost Alpha. Weiter geht's. Wir sprechen mit dem Barkeeper. Okay, wir sprechen nicht mit dem Barkeeper. Hat kein Bock? Haut rein! Hey, gezeichnete! Du hast irgendwas Besonderes für mich? Äh, Redcatcher. Ja, ich hab ihm geholfen, richtig? Oder du wolltest, dass ich ihm helfe, richtig? Ja, ich hab's gemacht. Au, ja, schön. Nice. Gut gemacht. Äh, wir sollten einen Typen wie dich hier haben. Ey, ist nicht schlecht. Ja, ja, okay. Äh, ich hätte da was für dich. Jo, aber bitte keine Selbstmordmission. Okay, Stalker, also hör zu. Ich hab was für dich. Äh, hohes Risiko. Aber nimm es oder lass es. Äh, da sind ein paar Jungs im Dark Valley. Und die brauchen ein bisschen Hilfe beim Dealen mit einem... Dime a dozen Kultists. Okay. Achso, mit den Monolith-Typen. Also Monolith ist eine weitere sehr mysteriöse Fraktionen im Spiel. Und so weiter. Niemand weiß wirklich was über die. Okay, aber da gibt's irgendwie ein Labor. Okay. Was ist dieses Labor im Dark Valley? Ja, die Monolith-Typen haben's unter ihrer Kontrolle. Ähm. Aber es gibt einen Weg an Informationen zu kommen. Preetrenko sollte etwas wissen. Ja, sprich mit ihm. Ähm. Und so weiter. Okay, mach ich. Mach ich. I'm looking for a vehicle to buy. Okay. 75.000 Rubel. Ja, hier können wir die Autos kaufen. Das geht hoch bis zu einer halbe Million Rubel. Haha. Ja. Einfach ein BTR kaufen. Okay, ein Panzer. Oder einfach dieses weiße Kack-Ding für 75.000. Okay, ich hab's mir auch mal anders überlegt. Tut mir leid. So, Trading. Ja, hier sehen wir, der hat richtig viel im Angebot. Unter anderem ein Exoskelett für günstige 82.000 Rubel. Aber ihr seht schon, das hat Impact von fast 40% blockt, das ist ein Schaden ab. 30% Explosion. Aber wir können damit nicht mehr sprinten, als Beispiel. Andererseits gibt's eine Militärrüstung, die auch ziemlich gut einheizt. Ja. Weniger als die Hälfte kostet und mit der wir auch sprinten können. Wenn wir zwei Stück nehmen, können wir uns die auch beide überziehen. Nein, das ist ein Witz. Äh, okay. Oh, ein Messer will ich mir, glaube ich, mal holen. 700 Rubel. Das werden wir mal fix holen. Was kriegen wir für die Art of Factor? Oh, 800. Wir kriegen sogar mehr von ihm. Ja, 2, 5. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, die Schotze bringt gar nichts. Ja, außer uns haben wir ja nicht viel zu verkaufen. Ja, wir könnten uns ein bisschen Money holen, aber dies kostet richtig Kohle. Jo, Alter. Okay, ich handel das erst mal soweit. Der hat einen dicken Revolver hier. 10.000. Krass. Der hat geile Scheiße im Angebot. Guck mal hier, ein Helmchen. Ja, Kopfschuss Protection. Oder hier so eine Maske, die ein bisschen Strahlung abhält. Die hole ich mir. Oder hier, so eine Maske. Oh, die hält noch viel mehr ab. Achso, die setzen wir ja so auf. Die andere, glaube ich, nicht. Hm, ja, weiß ich nicht. 3.000. Uiuiui. Können wir uns wohl nicht leisten. Warte mal. Ich werde mal kurz was schauen. Ah ja, das Ding haben wir hier drunter, ja. Ah. Ein bisschen blöder Deal, ne? Ich hätte ja gerne... Hm. Ah, die Schrotflinte, ne? 13.000, Alter. Für so eine kack, einfache, kack Schrotflinte. Das ist schon nicht schlecht hier, Head Protection, ne? Naja. Ja, weiß nicht. Kaufen wir uns ein bisschen Money? Was kostet denn hier Panzerbrechende? 30 Schuss, 1000 Rubel. Alter. Alter Finne. Schalldämpfer könnten wir uns kaufen. Äh, 9, 19. Würde auf keiner der beiden gehen. Ja. Schade. Naja. Mad Kit. Was kostet ein Mad Kit? 300. Mhm. Ja. Brauchen wir auch nicht. Äh, ich würde halt gerne... ...meine Waffen reparieren. Ein bisschen. Hey, was ist das Problem? Ja, du, auf der Construction Site sind... ...haben mich ein paar Banditen überrascht. Und... ...naja, die haben mir was weggenommen. Mein Gewehr. Mein Familiengewehr. Ich hab zu viel Angst, um da hinzugehen, aber... ...könntest du das für dich machen? Klar. Find the stolen rifle. Lass mich allein. Where did I stash the other bottle of vodka? Okay, der kann uns irgendwo hinbringen. Das ist auch cool. Und der hat Informationen, das... ...da scheiße ich aber drauf. Okay. Okay. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas ablegen. Ja, wisst ihr was? Actually, ich verkaufe dieses Scheiß-Ding hier. So, warte mal. Das sind... ...40%. Das sind bessere Kugeln. So. Ich muss ein bisschen was vom Inventar loswerden. Mir gefällt das nämlich nicht, weil man hier ständig überladen ist. So. Jetzt haben wir auch ein Messerchen. Okay, wir können hier nichts rausnehmen. Egal. Gut. Äh... Unsere nächste Mission ist, Petrenko zu treffen. Oder das stohlene Gewehr zu holen. Ich glaube, ich hole ihm erstmal fix das Gewehr, oder? Joa, ich glaube, wir machen das mal fix. Wir holen ihm mal sein Gewehr zurück. Ja, ja. Machen wir nicht so ein Terz. So. Einmal hier raus. Einmal Quick-Safe erstmal. Und dann erstmal einen Weg hier wieder rausfinden. Töööö. Und da ist noch ein Mechaniker. Ja, siehste. Äh... Der ist hier irgendwo drin. Sitzt der hier drin? Irgendwo in der Ecke? Hier können wir auch nicht rein. Okay, der ist irgendwo auf der anderen Seite drin. Achso, ich weiß wo. Ja, ja, stimmt. Hier gab es noch ein Safe. Das weiß ich noch. Und zwar hier drin. Oh. Okay, das ist irgendwie auch nicht ganz richtig. Gut, egal. Gucken wir später. Brauchen wir jetzt auch erstmal das nicht. Da gibt es auf jeden Fall noch... Ah, ja. Jetzt können wir die Sachen rausholen. Da ist unser Messer. Hey. Ja, es ist halt kein CSGO-Messer, ne? Es ist halt einfach nur... Es ist halt einfach nur ein Messer. Okay. Let's go. Holen wir das Familiengewehr zurück. Äh, dafür müssen wir hier hinten lang, ja. Äh, I'm the only one who noticed all these useful supplies inside of undergrounds and labs, like food or batteries. I'm really curious, do you know what hell left? What? Äh, äh, äh. Nicht lang genug umzulesen. Naja, dass hier halt überall Verstecke sind, wollte er uns gerade darauf hinweisen. Oh, was? Jetzt drehe ich noch nicht so im Kreis hier. Was soll denn das? Weißt du was? Oh, perfekt. Ja, perfekt. Ich kann einfach... Ich kann mich nicht wehren. Tut mir leid. Total bescheuert. Okay, whatever. Scheiß drauf, Alter. Das ist einfach so bescheuert gemacht. Das ist so bekloppt. Zum Glück ziehen die mir nix ab. Ja, verpisst euch. Die haben nämlich so eine unsichtbare Grenze, bis wo sie einem nicht mehr folgen. Hier klingelt ein Telefon. In der Telefonzelle. Wo nicht mal ein Telefon ist. Ja, gruselig. Ja, ziemlich cool gemacht, ja. So, und hier treffen wir schon auf die nächsten Gegnertypen. Nämlich sogenannte Snorcs. Würde das gerne alles mal ignorieren. Oh, jetzt habe ich eine Bandage genommen. Das wollte ich nicht. Ja, das sind die nächsten neuen Gegnertypen namens Snorcs. Ich renne hier einfach mal durch. Oh mein Gott, ganz viele Snorcs. Ach du Scheiße. Um Himmels Willen. Ah. Oh mein Gott, sind so viele Ratten. Eh. Ich will nicht nichts über das wissen. Ah, die folgen mir alle. Oh nein. Oh nein, die folgen mir. Wirklich. Okay. Hier sind überall Gegner. Äh, das müssen wir... Ah ja, die Stelle, da kann ich mich dran erinnern. Das war ziemlich... Ziemlich beschissen. Mit beschissen meinte ich schwer. Wir haben es nämlich auch alle gut auf dem Kasten. Und es sind nämlich ganz schön viele hier. So, die haben aber das Familiengewehr. Oh my Gott. Das war's für heute. Okay, da bin ich tot, Bro. Haha. Ja, äh, ja. Habt ihr es mal gesehen. Die haben es echt drauf. An die Stelle kann ich mich nämlich noch erinnern. Da bin ich nämlich fast ausgerastet. Aber wir kriegen es hin, Leute. Mit Ruhe und etwas Verstand vielleicht. Man könnte ja auch mal eine Granate werfen, aber ich habe ja leider keine. Ich benutze das zu selten. So, zwei sind schon mal dort. Ah, nein. Drei sind schon mal tot. Oh, schade, ey. Der hat so schön seine Ruhe wieder rausgestreckt. Wenn die Waffe etwas genauer gewesen wäre, wäre das ein Headshot gewesen. Au, 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 au. Nicht so übertreiben. Oh Gott, was habe ich jetzt hier alles reingepackt? Nix weiter. Ich habe eine neue Batterie in meine Taschenlampe gemacht, aus Versehen. Komischerweise interessieren sich die Hunde gar nicht mehr dafür. Und der letzte verbleibende Gegner. Ops, das war nicht so gut. Aber wir sind weich, dank dem Gebüsch, weich gelandet. Oh, Gott. Oh, die haben schon richtig gute Knarren hier am Start. Leider ist das meiste davon kaputt. So, kurzer Quicksave. Oh, der hat einen Revolver. Okay. Hab dich gesehen. Ja, ich bin tot. Oh mein Gott. Die haben so gute Waffen, der hat so eine hohe Genauigkeit, der Typ. Der ist auf jeden Fall ein richtiger Bandit. Richtiger Profi-Bandit. Kurzer Quicksave. Oh nein, ich bin wieder rausgetappt. Irgendwie hat sich das Spiel wieder minimiert hier. Das tut es manchmal von alleine. Ich weiß nicht warum. Ich scheine noch zu leben. Ich lebe noch. Hab dich gesehen. Er guckt jetzt um die Ecke und ich bin tot. Instant. Oh, oder er ist instant tot. So kann es natürlich auch gehen. Ja, zack, zack, zack. So. Ja, natürlich alles miserabler Zustand. Ja, absolut miserabel. Meine AK sieht auch nicht mehr viel besser aus. Ja. Der ist auch in einem sauschlechten Zustand. Einfach so ein fetter Revolver. Ja, moin. Sau cool. Ja, die haben alle ein bisschen panzerbrechende Munition. Das ist sehr geil. Ich glaube, das Ding schmeiße ich mal weg. Das kann ich eh nicht mehr verwenden. Aber Moment, die hier schmeiße ich weg. Die andere nehme ich mit. So. Ja, gut. Die ist eh zu schlecht. Die können wir gleich wegschmeißen. Ah, ich glaube, die sind auch schon zu schlecht, um die zu verkaufen, oder? Bin mir nicht so sicher. Werden wir nachher sehen. Ah ja. Und hier ist das Familiengewehr. Return the rifle to the hunter. Oder two hunter. Ja, das war das Familiengewehr. Auch wieder so eine ganz, wenn man es streng genau nimmt, so eine ganz einfache Schrotflinte. Oh mein Gott. Bad timing, bro. Okay, dann bin ich wohl tot. Okay. Ja, blöd. Ja, blöd. Du mein james Leben, oder? Ja, blöd. Jetzt liegt er verwundert auf dem Boden, oder was? Nachdem er mich abgeknallt hat. Das würdest du mir trotzdem nicht ernsthaft erzählen. Als ob. Okay. Wo kommt denn der überhaupt her, der Arsch? Die Jungs hier haben teilweise eine Präzision von 1000. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Du Arsch. Ich leg mich nicht mit dir an. Oh, da kommen die ganzen Schnorkis wieder. Ich bin mal weg, ja? Oh, shit. 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 Okay, die sind alle sehr schlecht. Die springen alle daneben. Ihr seid alle kacke. Ihr seid alle kacke. Ihr trefft mich nicht. Ihr seid alle kacke. Oh, ja. Ja. Yippie. Übrigens war hier, das hier damals, alles zu im Original, wenn ich mich nicht irre. Also hier, hier war ein riesengroßes Gebäude. Das war alles dicht. Jetzt ist hier einfach ein Durchgang. Früher war hier auch eine Ladezeit zu dem neuen Gebiet, wo wir eben waren. Also hier, da war zu und da war eine Ladezeit. Jetzt ist das hier offen und es ist keine Ladezeit da. Ah, es ist richtig cool. Ja, wollte ich nochmal anmerken. Wir könnten das Ding natürlich jetzt auch behalten, optional. Ne, klar. Kann man machen. Man kann auch ein Energy saufen, damit man endlich mal wieder rennen kann. Aber wir geben es natürlich ab. Ich glaube, das bringt auch mehr. Da gibt es mehr Geld für. Kurz als Safe. Ich finde das auch so atmosphärisch einfach, wie der die ganze Zeit da rumlabelt. Damals hat hier übrigens so eine Olle gesungen. Eigentlich streng genommen klingt es echt schlecht und ist einfach nur dummes Geheule. Aber dieser Gesang hat sich so eingeprägt, dass er mich instant in so eine Nostalgie schweben lässt. Weil es halt einfach so hart das Stalkerfeeling hervorweckt. Oder hervorruft. Ach, da singt sie doch. Komm her, komm her! Okay, wir sollten es sein, dass ich kein Russisch kannte, aber so ungefähr klingt das. Es klingt eigentlich fürchterlich. Ich weiß auch nicht, von was die da singt. Aber es erinnert mich. Ja, es gibt mir halt so ein gewisses Feeling. So, ähm. Quatsch. Hier, dein Familiengewehr, Bro. Hier, bitte. Hier ist es. 2000 Rubel, geil. Wow, danke sehr. Du wirst nicht wissen, was es mir bedeutet. Hier ist ein Reward für deine Probleme. Danke, Mann. Take care. Äh, so ein Job. Mietschunk-Artefakt. Okay. Das hatten wir eigentlich gerade. Wenn ich mich nicht irre. Warte mal. Ja, haben wir schon alles verkauft. Ja. Gut, war ein bisschen blöd. Egal. Ähm. Ja, wir können ihn die AKs verkaufen. 600 Rubel nur. Wow. Okay. Ja gut, er hat wahrscheinlich gemerkt, dass das auch nur Schrott ist. Hehe. Ich kann's ihm nicht verübeln. Na, keine Sniper-Money im Angebot, ne? Was, wenn ich die ganzen Mad-Kids aufkaufe? Na ja, gut. Okay. Ähm. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Petrenko. Als nächste Quest. Ich würde halt gerne meine Waffe reparieren lassen. Weiß aber nicht, wie man zu dem Typen kommt. Oh, hier. Schaut mal ihn an. Hampfblatt auf dem Rucksack. So, so. So, so. Und ne 12 Schuss automatische Shotgun. Und ne Adidas T-Shirt. Natürlich. Klar. Hey. Ähm. Alles cool bei dir? Siehst irgendwie komisch aus. Oh, blinn. As if you're a prophet. Supposing mixing Pripyat beer, vodka, wine, tourist delight and peanuts ain't the best idea. Oh, mama. Haha. Äh. Okay. Also, Molotow cocktail. Tracksuit check. Macrauf check. Okay, okay, Bratan. Keep going. I never see you here before. Estonia, Brat. Economy. Ja, er ist halt ein bisschen verrückt. Quatscht von irgendwelchen Plänen und, äh, Sülze. Ähm. Vielleicht gar nicht so große Sülze, aber... Naja, ihr könnts alles selbst lesen. Okay, er ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen lustig. Und hat natürlich 10 Flaschen Vodka hier bei sich. Die kaufe ich auch nochmal ab. Danke. Wollen wir den Evolver haben? Nicht? Okay. Alright. Äh. Ja, Waffen reparieren. Das wäre schön. Muss ich hier reinlaufen? Und dann hier rein. Ah. Okay. Hallo, Bratan. Warum hast du gekommen? Hey, Bratan. General Voronin. Ja, der kann traden. Oh, der kann gar nicht. Oh, er hat 10.000 Rubel. Alles klar. Was kosten hier Spezialmunition? 1.000. Alles klar. Was kostet eine Granate? 400. Ja, Moin. Auch nicht schlecht. Ähm. Er kann also gar nicht reparieren. Er ist auf jeden Fall ein Experte. Nö. Er ist einfach nur markiert, weil er spezielle Waren anbietet, oder was? Ja. Hallo, Bratan. Warum hast du gekommen? Okay, ich kann die Tür nicht mal öffnen von hier. Wer bist du, Dave? Was bist du hier? Mensch, shut the fuck up. Oh, Petrenko ist hier. Oh, warte. Wo soll ein Petrenko sein? Äh. Sitzt der da in der Bar? Oh, ja, stimmt. Ich weiß. Ich erinnere mich. Ja, ja. Der ist ganz hindurch. Guck mal, wie wenig Ausdauer ich gerade verliere. Seht ihr das? So gut wie gar nichts. Richtig gut. So muss das halt auch sein. Und so müssen wir das auch weiter beibehalten. Das heißt, immer schön upgraden, dass wir schön viel tragen können. Und dann immer möglichst wenig mitnehmen einfach. So, jetzt können wir hier durch. Er hat hier Platz gemacht. Schaut mal. Hinter der Bar. Höchst interessant, oder? Konnte man im Originalspiel nicht. Man konnte nicht hinter die Bar gehen. Jetzt kann man ihn einfach von hinten sehen. Das ist so krass. Das ist so krass. Das ist vielleicht für euch einfach nur so. Ach ja. Aber es ist so krass. Man konnte das im Originalspiel einfach nicht. Und jetzt ist hier hinten komplett sogar noch Räume. Guten Tag, ja. Oh, der hat die Munition. 1005. Alter. Hey, komm. Ja, nehmen wir. Scheiße. Brauchen wenigstens ein bisschen Muni, dass ich mich hier wehren kann. Ja, und hier gibt es einen Computer. Das ist ziemlich cool. Den können wir anmachen. Haha, und dann können wir hier ran und Tetris spielen. Genau. Haha. Oder wir machen die Konsole auf. Und können damit, glaube ich, nichts machen. Ja, wir können ein bisschen was lesen. Äh. Wir können uns Bilder angucken, wenn wir ein Passwort hätten. Wo auch immer man das alles findet. Vielleicht weiß es auch nur der Entwickler. Keine CD drin. My Computer. Modul geht nur mit einem Admin. Wir können puzzeln. Wir können tatsächlich puzzeln, wie man hier sieht. Also hier kann man auch 10 Stunden einfach puzzeln. Aber es ist sehr, sehr cool gemacht. Wenn du das Fall erhältst, bringst du es nicht an mir. Gib es an Barky. Ja, hier können wir uns Nachrichten anschauen. Wir können uns auch Videos, glaube ich, anschauen. Irgendwelche Gespräche. Config-File. Was ist das hier? Config. Config. Internet? Geht nicht. Klar. Internet ist ja auch... Quatsch. Ja, man kann sich auch irgendwelche Videos irgendwie angucken. Naja, man kann hier jedenfalls mit einem Computer interagieren. Das gab es im Original so auch auf jeden Fall nicht. So, und hier ist noch ein dicker Tresor, wofür wir die Kombination nicht wissen. Vermutlich findet man die Kombination vielleicht im Computer irgendwo raus, aber ich habe da jetzt... Ja, ich habe da keine Ahnung. Kolonel Petrenko, ja. Oh, Mensch, Leute, wir müssen Schluss machen, bevor wir mit ihm quatschen, sonst wird der Part hier zu lang. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Part geht es weiter mit Stalkerloss Alpha. Ja, der war...